Gute Einstellung Gute Einstellung Perfekt Gerne Okay. Schwing! spring! ich habe kurz überlegt, dann habe ich gedacht, auch wenn es trocken ist, ich habe keine Lust noch mal dahin zu fallen so, ich habe nur einen Ballen, jetzt habe ich mich dafür gegeben, ich nehme k Fitzgerald! da soll ich es doch zu genau da sein ja in den Baum? ja ja weiter? ja weiter da hier wir gehen hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Danke. Okay. 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 Gute Einstellung. Gute Einstellung. Perfekt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Verrückte Mann, der macht das ja wirklich, ich hab gedacht, der ZDF ist wirklich, der macht einfach mal nicht umsonst. Der macht das nicht umsonst. War mit dem Joe noch unterwegs, wir haben noch was gegessen, haben wir an Alex noch getroffen, ein bisschen gechillt, ein bisschen gequatscht und dann wurde es ein bisschen später, jetzt ist es ungefähr 11 Uhr, ich war jetzt wieder heim, gefühlt irgendwie den ganzen Tag unterwegs gewesen, aber war nice man.